So Leute, ich bin's mal wieder, euer JustPyro. Jetzt habe ich für euch das Norma-Prospekt. Ähm, ja, der Livestream kommt morgen. Ich werde gucken, wie das dann so läuft. Hoffentlich schalte ich die auch ein. Genau. Achtzuhörbe geht's. So, dann haben wir hier Metal Rockets. 30 Raketen. Von der Aufmachung könnte man's vergleichen mit Arena of Rockets. Nur bei Arena of Rockets sind 20 Raketen. Und hier sind auch Wing Rockets dabei. Ähm, alles sehr schöne Raketen. Ja. Für 30 Euro kann man das mitnehmen. Dann hier Ultimate Max oder Ultimate Max. Für 6,66 Euro. Ja, dann haben wir oben. Dann so Flash, Schakete, Bürst, glaub ich, Flash und verschiedene Farben. Dann dreimal Knall Teufel. Blitz Cracker zweimal. 4 Elemente einmal. Was ist das? Mini Choco haben wir einmal. Dann Pyro Cracker zweimal. Äh, China Balladee einmal. Dann, was ist das? Ich glaub, das sieht jetzt aber mehr aus. Ja, das ist Packet Cracker. Haben wir 1, 2, 3, 4 Mal. Ja. Ganz schönes Raketenortiment. Wenn man schon mal sieht, da sind schon 8 Salega Raketen. Und dafür knapp 7 Euro. Das ist eigentlich ein total schöner Preis. Genau. Nehme ich auch 5 Mal mit. Dann hier Power Tower. Auch ganz schön. Ähm, von dem Preis her, wenn man's so sieht. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sag ich mal, Leuchtkugelbatterien oder anderes. Ähm, die 2 Euro kosten. Also 16 Euro und dann noch 2 Euro. Aber wenn man sieht, hier 1 Euro, was sie jetzt nicht kosten, kommt der Preis einigermaßen hin. Also zum Aufwärmen kann man sich das auch schon kaufen. Machen wir weiter mit der Champ Edition. Auch wieder fast alle Salega Raketen hier oben. Aber ich glaub, die beiden hier, die hier vorne, sind, glaub ich, Shit Raketen. Genau. Dann hier Niko Pirouette, Wunderkerzen, 4 Elemente. Und hier noch so 2. Fontänen, Knallteufel, Feuerspucker, wieder 2 Mal, ähm, Knallerbsen, dann Feuerringe, Mini Choco, Debala. Also, also, ich find, mehr Klasse 1 und so. Von Preis her, naja, ist jetzt nicht so doll und falsch. Müsst ihr das selber wissen. So, und da fangen wir gleich mal rum an. Da haben wir das Extended Family. Ein schönes, großes Raketensortiment. Auch mit den, oh, boah, ich film leider ohne Stativ. Äh, da haben wir hier große Raketen aus dem Metalhead, glaub ich. Ich glaub, die ganz, ganz großen hier, das sind Schützraketen. Also, Pyro Extreme hat die mal getestet irgendwann. Äh, da waren irgendwelche, waren da, glaub ich, Schützraketen oder hatten ganz kleinen Salega oder so. Naja, auf jeden Fall haben wir hier so Leuchtkugelbatterien, groß, ähm, D, ähm, das glaub ich, super, boah. Ah, ich kenn's nicht erkennen. Egal. Oh, für 15 Euro ist es ganz okay. Muss jeder selber wissen. Ich würd's mir jetzt nicht holen. Naja. Und wir drüben für 25 Euro, ähm, großes Familiensortiment mit 2, 4, 8, mit 16 Raketen. Dann haben wir hier so ne, äh, was sind das? Ach, keine Ahnung, wie ist das ne? Ähm, ähm, ja, so ne Matte da. Ich find's für 25 Euro, naja, mit so, das ist halt nicht viel Kleinstell, dann gehen wir noch so Partyknaller und sowas. Aber, naja, ich würd's mir selber nicht holen. So, dann haben wir hier das Metalhead-Sortiment, ähm, mit richtig fetten Zerlegern, schöne Ausbreitung, richtig geile Raketen. 9 Raketen, 9,99 Euro ist der Preis total angemessen. Ja, ich holt's, äh, Sortiment mir dreimal. Ja. Dann haben wir hier das Rocket Valley für 20,25 Euro Raketen. Find ich, der Preis ist super, alles Zerleger-Raketen. Dann noch die Wing Rockets dabei. 2, 2, 2, 4, 6, 8, 9 Ring Rockets dabei. Ach, nee, 10, 10, 10, 10, 10. Hier ist auch noch einer in der Mitte. Ja, also ein Top-Sortiment. Ich werd's mit 5 Mal holen. Genau. Dann haben wir drüben Jewels of Fire. Mit 15 Euro, ähm, Pro Extreme hat die auch mal einen Test und so doll waren die jetzt auch nicht. Also ich find für den Preis 15 Raketen für 15 Euro, naja, ich find's dann nicht unbedingt mehr. Naja, also die Kaufempfehlung ist jetzt nicht unbedingt mehr wert. Genau. Dann haben wir hier Verbünde und einmal Sniper. Für, äh, für 18 Euro, mein ich. Ähm, die Effekte sind mehr so Quotting-Aufstiege und sowas. Ja, ich find's, ich steh auch nicht so auf Verbünde, dann 25 Euro, naja. Hier drüben nochmal PC Maker, ja, 60 Euro. Wie gesagt, muss jeder selber wissen. Dann haben wir oben Midnight Burner, die ungelabelte Alligator für 4 Euro. Ähm, ja, viele sagen, dass ich ihn nachgelassen hat und so, find ich auch, aber ich werd's mir trotzdem holen. Aber zwar nicht die Midnight Burner, aber die Alligator werd ich mir 5 mal holen. Genau. Dann haben wir hier drüben Lord of Fire, ähm, das sieht für mich so, ist erstmal eine ziemlich große Batterie für 20 Euro. Finde ich, geht das. Ähm, es sieht so aus, als wären hier immer so Leuchtkugel-Batterien, also Leuchtkugeln, fast weiß ich, römische Lichter. Und hier dann so immer Zerleger. Naja. Könnte man sich auch mal mitnehmen zum Testen. Genau, muss jeder so wissen. Dann Galactic Storm, wer jetzt nicht unbedingt so eine große Pfeife haben will, ist der Preis 4 Euro. Wie viel Schuss ist denn das? 100? Naja. Na, ist jetzt, wären es 290, wäre es angemessen. Naja. So, dann haben wir hier die Outlaw, auch eine sehr schöne Batterie. Ich hab's nur mal in einem Test gesehen von irgendjemandem für 7 Euro. Kann man die sich auch schon mal mitnehmen. So, dann haben wir unten Devil's Dance. Für 9 Euro eine sehr schöne Pfeife-Batterie. Ich wärze mir viel leichter und ich weiß es noch nicht. Dann haben wir oben, hier unten, die Little Devil für 2 Euro. Die werde ich mir zweimal holen. Mit schönem Pfeife-Aufstieg und dann noch oben, na was heißt, Zerleger halt mit Knall. Dann Viper Bytes, 500, ähm, Schuss. Für 4,50 Euro, muss ich jetzt überlegen. Na ja, ist jetzt nicht unbedingt billig, aber, ja. Musst ihr das selber wissen. Dann haben wir hier oben drei Batterien. Ich glaub, eine ist davon noch mit Zerleger. Für 9 Euro, äh, für 10 Euro. Finde ich's teuer. Dann die Laserlights, würde ich mir zweimal holen. Eine sehr schöne Fächer-Batterie. Ähm, richtig geil. Würde ich mir zweimal holen. Kaufempfehlung. Dann hier, das ist der Power Tower. 30 Euro, ähm, da find ich, ja, da find ich die Bombette besser. Äh, das Bombettensortimenta von Lidl. Ähm, kostet auch 30 Euro, hat man noch Aquila dabei. Auch mit Zerleger. Hier ist keine einzige Zerleger. Batterie dabei, na ja. Dann, das Katapult für 10 Euro. Finde ich extrem teuer. Aber was heißt extrem, ist halt teuer. Ja, dann haben wir unten Metal Shorts für 40 Euro. Wieder ein Verbund. Ich halt, wie gesagt, nichts davon. Genau. So, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Seite. Und fangen gleich hier oben links an. Und dort haben wir die Pyromotion, ähm, ja, das sind jetzt alles XXL-Batterien. Für 10 Euro. Wie viel krammelt die? Ich hab da nicht drauf. 10 Euro, 48 Schuss. Das sind aber nicht alles Verleger. Schüsse. Naja. Dann drüben die Monster Place. Sehr, sehr schöne Batterie. Sehr, sehr geil. Ich werd's mir aber nicht holen. Und wenn, dann würd ich sie mir bei SB Möbelboss holen. Da gibt's die Out of Limit für 20 Euro. Oder natürlich bei dem Netto mit Scotty. Genau. Dann haben wir hier Monster Fight für 28 Euro, 75 Schuss. Kann ich euch auch nichts dazu sagen. Dann Metal Jacket für 20 Euro, 27 Schuss. Naja. Kann ich euch auch nichts sagen. Dann hier Boss, The Boss, 20 Euro, 64 Schuss. Ah, das ist ein, ähm, Verbund. Dann haben wir drüben, Dr. Pyro für 16 Euro. Ist nicht wirklich billig. Ich glaube, es ist Big Ben. Glaub ich. Hatte ich auch mal Big Ben. Richtig geile Batterie. Und wenn die das ist, ist es zwar nicht unbedingt. Also Big Ben hatte ich damals 14 Euro. Vom Pfennig Pfeiffer ist auch schon länger her. Und ihr könnt's euch holen. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht unbedingt, ob es dieses ist. Dann könnte ich das ja auch mal angucken. Hier ist so ein QR-Code. Genau. Dann haben wir drüben Midnight Train für 8,50 Euro. Ja. Wie viele Schuss sind das? 25 Schuss. Kann man sich auch mal mitnehmen. Dann haben wir drüben noch so eine geile Disco-Lampe. Kaufempfehlung. Kauft ihr, holt ihr euch unbedingt. So, dann haben wir drüben die extra, was für das? Box Riesenwunderkerzen. 100 Zentimeter. 2 Euro. Ich werde sie mir vielleicht auch mitnehmen für mein Null-Uhr-Feuerwerk. Nein, Spaß, Leute. Es ist doch mal vor. Ein Null-Uhr-Feuerwerk-Wunderkerzen. So, dann haben wir drüben die deutschen Knaller. Die werde ich mir vielleicht mitnehmen. Made in Germany. Ich werde mir auf jeden Fall von Thomas Phillips fünfmal die Harzerknaller mitnehmen. Die kosten nur 88 Cent. Ja, dann haben wir hier drüben das Atomic Pack. Ich glaube, das sind nicht alle Artikel. Es sind noch mehr, die hier. Nicht nur die, die hier drauf sind. Ich sehe auch 250 Teile. Wir haben dabei Reibkopfkracher, Knallfröschen, Mini-Knaller, China-Knaller, große China-Böller B, D-Böller und Super-Böller. Für sechs Euro. Naja. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Dynamo. Nein, mit Dynamo-Backs ist auch nicht mehr gerade das billigste. Wenn man das mal vergleicht mit. Aber wie heißt es? Komm ich gar nicht drauf. Das von Lidl. Für drei Euro. Da hat man 150 Teile. Und das sind nochmal 100 Teile mehr. Und das kostet gleich mal 6 Euro. Das Doppelte. Finde ich teuer. Dann haben wir drüben das Matador. Für vier Euro finde ich das eigentlich auch ganz okay. Zehn Teile. Aber hier auch wieder voll die Verarsche. Zweimal hier. So, einmal Höhenzauber nennen. Das ist nur ungelebelt. Das ist jetzt die Teile verarschen. Beides mit diesem Pfeifbadermin. Und ich finde es auch nicht so unbedingt toll. Genauso ist es aber auch ein Leuchtspektakel. Aber das Leuchtspektakel finde ich immer noch schöner. Genau. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Normal-Kospekt. Die werden auch vielleicht Brenner haben. Ich glaube, die haben die zu jeder Zeit. Naja. Ich würde mal vielleicht nochmal den ein oder anderen mitnehmen. Aber ich würde jetzt eigentlich auch schon mal versorgen. Und dann würde ich nur noch sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wird mich freuen. Das nächste Video. Mich hat jetzt auch schon jemand wieder gefragt, wann das nächste Video kommt. Und wo ich was zünde. Und das wird... Also heute bin ich ja beim Vorschießen. Morgen, 28. Ja. Morgen könnte es klappen. Aber mit meiner Nachbarin habe ich auch Stress, weil sie versteht. Sie hat keine Ahnung, was Jugendfeuerwerk ist. Das hat auch schon mein Vater ihr erklärt. Weil ich zünde jetzt hier bei ihr erst recht keine Klasse 2. Der hat sich schon längst die Polizei angerufen. Und sie hat mir jetzt auch schon wieder mit der Polizei getroht. Obwohl es ein Jugendfeuerwerk ist. Aber dann lasst es auch mal lieber sein, bevor sie wirklich Polizei ruft. Dann, wie gesagt, wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage. Schaltet morgen beim Livestream ein. Und genau. Lasst es euch gut gehen. Bis zum 29. Bis dahin. Ciao.